Liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Erwartungswert und der Standardabweichung einer stetigen Zufallsvariable. Der Erwartungswert und die Standardabweichung einer stetigen Zufallsvariable werden analog zum diskreten Fall definiert. f von x kann jede Funktion sein, die als dichte Funktion geeignet ist. Wir haben hier die Formeln aufgeschrieben, also ihr seht hier immer den diskreten Fall mit dem stetigen Fall im Vergleich. In diesem Fall wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos zur Binomialverteilung zum Beispiel angeschaut habt, dass wir im diskreten Fall den Erwartungswert mit µ ist die Summe der xi mal b von xi berechnen und jetzt im stetigen Fall berechnen wir den Erwartungswert µ, indem wir einfach das Integral von minus unendlich bis unendlich von x mal f von dx berechnen. Und in diesem Fall wird die Varianz, also das Sigma Quadrat berechnet, indem wir das Integral von minus unendlich bis unendlich von x minus µ, also diesem Erwartungswert zum Quadrat mal f von dx berechnen. Und wie immer ist dann Sigma die Wurzel aus V von x, also die Wurzel aus der Varianz. Und bei jeder stetigen Zufallsvariable ist das Integral über ganz r als dichte Funktion eben definiert. Ich habe euch auch hierzu ein Beispiel gemacht. Also eine Funktion stückweise definiert ist, also für x kleiner als 1 ist sie 0, für x zwischen 1 und 2 ist sie x minus 1, für x zwischen 2 und 3 ist sie 3 minus x und für x größer als 3 ist sie 0. Also wieder so eine stückweise lineare Funktion. Und wir suchen jetzt den Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung von dieser Funktion. Und wie oben schon gesagt, nehmen wir die folgenden Formeln her. e von x ist und jetzt das Integral von minus unendlich bis unendlich. Das heißt, wir müssen bis 1 gar nichts integrieren, denn hier haben wir ja nur 0, das interessiert uns nicht. Also fängt unser Integral bei 1 an, von 1 bis 2. Und zwar heißt es ja x mal f von x, also x mal x minus 1 in diesem Bereich, dx, plus dann die nächste Funktion von 2 bis 3, x mal 3 minus x dx. Und das letzte Integral von 3 bis unendlich, 0 dx, x mal 0 dx, können wir dann wieder weglassen, denn hier werden wir ja keine Fläche zusammenbringen. Das heißt, wir müssen nur diese beiden Integrale ausrechnen. Und wenn ihr hier den Taschenrechner hernehmt und das ausrechnet, dann bekommt ihr praktisch für e von x in diesem Bereich 5 Sechstel plus und dann der zweite Teil wäre 7 Sechstel und könnt das dann addieren und es kommen 12 Sechstel oder 2 Ganze als Erwartungswert heraus. Und dasselbe machen wir dann bei der Varianz, also genau an die Formel halten und in diesem Fall heißt es wieder Integral von minus unendlich bis unendlich x minus µ zum Quadrat mal f von x dx, das heißt, der Bereich von minus unendlich bis 1 interessiert uns nicht, denn hier haben wir ja nur 0, also fangen wir wieder an bei 1 bis 2 und in diesem Fall heißt ja die Formel Integral x minus µ, also 2 zum Quadrat mal f von x, also x minus 1 dx, plus Integral von 2 bis 3, x minus µ, also 2 zum Quadrat mal und der f von x ist denn hier 3 minus x dx. Und wieder können wir hier den Taschenrechner nehmen oder ihr quadriert es aus, multipliziert es dann aus und integriert es von Hand, obere Schranke minus untere Schranke einsetzen, ganz egal, im Endeffekt bekommt ihr dann hoffentlich alle für den ersten Teil ein Zwölftel heraus und für den zweiten Teil wieder ein Zwölftel und addiert das Ganze dann und habt zwei Zwölftel oder ein Sechstel für die Varianz erhalten und die Standardabweichung lässt sich ganz schnell berechnen. Sigma ist die Wurzel aus ein Sechstel, also ungefähr 0,41 und so haben wir ganz schnell auch bei stetigen Variablen unseren Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung berechnet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und eure Begeisterung für die Normalverteilung wecken. Ihr seht, es ist keine Hexerei. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch mit anderen mathematischen Videos noch zur Seite stehen könnte. Das nächste wird sich dann zum Thema Normalverteilung-Dichte-Funktion abspielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ciao und auf Wiedersehen inzwischen, eure Mathematiktrainerin.